Untertitelung des ZDF, 2020 Mir tun die armen Tommys in ihren Gräben beinahe leid, wie sie versuchen, das alles zu verstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir brechen auf. Ich versorg deine Wunden. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Ich seh mir die Wunde mal an. Ich seh mir die Wunde mal an. Ich seh mir die Wunde an. Ich seh mir die Wunde an. Du bist verletzt. Du bist verletzt. Gib mir Rückendeckung. Jetzt nicht! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Alle mir nach. Die lauten unserer Befehle. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Du sollst deine Wunden versorgen! Ich helf dir! Helft mir hier mal! Unsere Befehle fällt hebel! Ich helf dir! Erste Hilfe! Greif zu! Hier! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Mach mal! Was ist das hier? Verbreit dich! Gibt es neue Befehle? Nein! Ich gehe voraus. Hier, erste Helfe. Ich gehe jetzt an den Täter, da! Ich gehe jetzt an den Täter, da! Ich krieg dich wieder hin. Damit kommst du auf die Beine. Lass mich deine Wunden versorgen. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Hier, Mann. Erste Hilfe. Da drüben ist er, soll ich die Treppe haben. Da drüben ist er, soll ich die Treppe haben. Da vorne ist er nicht besser! Da! Einer Schiengewehr! Hier! Erste Hilfe für dich! Da braucht jemand Erste Hilfe! Du bist verletzt und zieh mir das an! Bist du verletzt? Erste Hilfe! Nimm schon! Ich bin schon unterwegs! Wird erledigt! Hier! Erste Hilfe! Ich pfleg dich zusammen! Erste Hilfe! Greif zu! Hier! Erste Hilfe! Marsch! Marsch! Soll ich deine Runden versuchen? Ich helf dir! Damit kommst du auf die Beine! Hier! Erste Hilfe! Unsere Befehle! Folg mir! Kann ich machen! Feuchtliche Großgeschütze! Nein! Nicht von dir! Soldaten! Er braucht Hilfe! Feuchtlicher Sperr gesichtet! Loseren Sanitäter! Ich brauche Verstärkung! Feuchtlicher Sperr gesichtet! Danke, Kumpel! Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Hier! Es geht los! Marsch! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Sie müssen also, ein paar Tage langs. Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Ja, Mann, erste Hilfe. Geht klar. Flutzeigte Augen! Flutzeigte Zeigte! Erste Hilfe, nimm's schon! M.G., feindlich! Soll ich dich wieder zusammenflecken? Bist du verletzt? Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Erste Hilfe, nimm's schon! In Ordnung, wird gemacht. Flugzeug, seht ihr das? Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Feindlich, die Kamerlerie ist weg! Ich zieh mir die Wunde mal an! Ich zieh mir die Wunde an! Lass mich deine Wunden versorgen! Braucht jemand erste Hilfe? Ich brauche hier Hilfe! Hier! Erste Hilfe für dich! Das ist ein Sturmverdauer! Ich hab hier entfalt! Ja, bekommst du auf die Beine! Danke! Okay! Okay! Hier, der ist ja Hilfe! Danke! Herzlichen Dank! Herzlichen Speer! Ausrücken! Hilft mir! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! put joke Ich versage deine Wunden! Du bist verletzt. Ich seh mir das an. Falsche KTLG, da drüben! Bleib bloß nicht! Erste Hilfe! Greif zu! Danke! Erste Hilfe! Greif zu! Wir haben das Ziel erobern! Gut, das ist das Ziel, das wir erobern wollen! Alles klar! Das geht nicht! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was! Fest, wir! Schienengewehr gesichtet! Schienengewehr gesichtet! Bitte unterstützt uns schnell! Braucht jemand erste Hilfe? Er ist gut! Hierher! Ich brauche Hilfe! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Danke, mein... Nie im Leben! Ich krieg dich wieder hin! Ich flicke dich zusammen! Ich flicke dich zusammen! Feindflugzeug, da oben! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Du bist verletzt! Ich seh mir das an! Das Ziel ist gefeiert! Das gehört uns! Erste Hilfe! Nimm's schon! Lob! Hau! JP! Also diese Hilfe! Ich bin in der Hand! Ich bin in der Hand! Erste Hilfe! Verstärkung! Alles klar! Seht ihr das? Ein feindlicher Panzer! Zerschwenden wir von hier! Bist du verletzt? Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Soll ich's nicht wieder zusammenflicken? Ich versorg deine Wunden! Soll ich's nicht wieder zusammenfassen? Komm, was ist mit dir? Tausend Dank! Hier! Erste Hilfe für dich! Hierher! Hälfte gefälligst! Kann mir mal jemand helfen? Hier! Erste Hilfe! Verstärkung! Hier, Mann! Erste Hilfe! Verstärkung! 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 Erste Hilfe, greif zu! Erste Hilfe, greif zu! Erste Hilfe, greif zu! Was jetzt? Auf gar keinen Fall! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Panzer gesichtet! Hier! Erste Hilfe! Wir rücken ab! Macht schon! Hier, Mann! Erste Hilfe! Hier, Erste Hilfe! Hier, Erste Hilfe! Hölle Sichtung eines freundlichen Reiters! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Er ist Spistens! Er ist auf Stabief! Das war's. Das war's. Feindlicher Sanitäter! Feindpanzer da drüben! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Erste Hilfe! Nimm schon! Helf mir! Ich krieg dich wieder hin! Ich zieh mir die Wunde an! Lass mich deine Wunden versorgen! Hier, Erste Hilfe! Danke, Kopfel! Danke! Hier, Mann! Erste Hilfe! Gute Arbeit! Ich helf dir! Soll ich deine Wunden? Ich flieg dich zusammen! Aufbruch! Los! Unsere Befehle, Feldwebel! Kein Problem! Komm schon, los! Los! Verbindlichsten Dein! Erste Hilfe! Greif zu! Feindlicher Sanitäter! Damit kommst du auf die Beine! Tolle Vorstellung! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Danke, Kopfel! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Panzer! Danke, Mann! Ich zieh mir die Wunde mal an! Soll ich dich wieder zusammenflecken? Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe für dich! Hier! Hierher! Helf mir gefälligst! Danke, Kumpel! Danke, Kumpel! Lass mich deine Wunden versorgen! Panzer in Sicht! Braucht jemand Erste Hilfe! Danke! Hier! Erste Hilfe! Danke! Kann mir mal jemand helfen? Bist du verletzt? Bist du nie mit dabei? Oder du als gefällt sie? Das war ein Zwerger! Du bist ein Zwerger! Kaukel! Kaukel! Kaukel mit! Wurst! Bist du noch! Und, wir lauten unsere Befehle. Keine Chance. Kommt, hör dich, geh voraus! Erste Hilfe, nimm's schon. Für dich, Kamerad, erste Hilfe. Erste Hilfe, nimm's schon ein bisschen mehr. Our attack failed. But we men of experience are undeterred. Wir kämpfen bei Müllhaus, Tannenberg, Arras. Wir wissen, dass die Krieg nicht einfach ist. Wir kämpfen wieder. Wir brechen auf! Wir brechen auf! Vorsicht, Panzer! Wir rücken ab! Nachtschuhe! Aufpassen! Weitere Soldaten! Panzer gesichnet! Aufpassen! Aufpassen! Schüsse! Luftpast! Baffel, Schuss can. Shoot! Die Kompel. Ich habe die Kompel aufgenommen. Ich bin nicht. Ich habe eine Anzeige. Schüsse! Höft mir! Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Gute Arbeit, Männer! Mit dem Fisch der großen Kaiser haben wir die Gefangenen. Jetzt geht's weiter. Wir gehen nach Amiens und bringen einen Ende zu dieser Krieg. Die initialen Anstrengungen in der Kaiserschlacht-Kampagne haben sie erfolgreich durch die britische Linie verletzten ihre Armeen zurück in die Stadt Amiens. Diese vitalen Rehabilitation, verbauten alle Alli-Truppen in der Franschland, war Deutschland's echte Ziel. Liebste Schwester, es heißt, der Kaiser habe den Kindern angesichts unseres ruhmreichen Sieges einen Tag schulfrei gegeben. Ich weiß, meine Neffen hätten lieber etwas zu essen. Wir sind hier auf verlassene Lager der Briten gestoßen, die von Vorräten überquellen. Wir essen unsere Kriegsbeute buchstäblich auf. Es gibt Brot, Eier und Bier. Sobald wir Amiens genommen haben, versuche ich euch etwas zu schicken. Sie gehen auf den Kaiserschlacht und Kaiserschlacht. Ich möchte die Kaiserschlacht zum Schatten. Ich möchte die Kaiserschlacht für den Kaiserschlacht verlaufen. Sobald wir uns jetzt in die Halschland. we'll just get rid of that win this war amy on is vital to our plans ludendorffs orders are simply we must secure quaint labyrinth situated in these ruins we then advance to this bridge on earth capture and secure it after that we move into the city and attack den Mann auf Klasse länger bevor. Als diese Position ist kontrolliert, Amion wird es uns. Soll ich deine Wunden versorgen? Feindliche S&G, da drüben. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Lass mich... Bist du verletzt? Wir brechen auf. Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Erste Hilfe. Greif zu. Ich zieh mir die Wunde an. Soll ich dich wieder zusammenflicken? Erste Hilfe. Greif zu, Mann. Herzlichen Dank. Hier, erste Hilfe. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Ich versorge deine Wunden. Ich flicke dich zusammen. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Ja, ich versorge deine Wunden. Ausrücken. Ihr lauten die Befehle, Feldwebel. Alles klar. Hier, erste Hilfe. Hier, erste Hilfe. Hilf mir. Ich helf dir. Wir ziehen mir die Wunde mal an. Ich helf mir. Ich helf mir. Ich helf dir. Ich helf mir. Schreieh. Ich helfe dir. Erste Hilfe, nimm's schon. Ich krieg dich wieder hin. Ich hab hier einen feindlichen Speer. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Tut mir leid, Mann. Dann bekommst du auf die Beine. Hier, erste Hilfe. Lass mich deine wunden. Hier, Mann. Erste Hilfe. Helft mir, hör mal! Gute Arbeit. Braucht jemand erste Hilfe? Bist du verletzt? Ich helf dir! Hier, erste Hilfe für dich! Soll ich deine wunden versorgen? Soll ich deine wunden versorgen? Soll ich deine wunden versorgen? Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe, greif zu! Hier, erste Hilfe! Kann ich machen! Ja, feindlicher Bank! Ich krieg dich wieder hin! Gehen wir! Gehen wir! Ich krieg dich zusammen! Ich krieg dich zusammen! Ich krieg dich zusammen! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Soll ich deine Wunden versorgen? Aufschließen, Jungs! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe für dich! Ich versorg deine Wunden! Panzer! Bist du verletzt? Ich pfleg dich zusammen! Ja! Aufbruch! Los! Ein Speller! Hier! Erste Hilfe! Dann kommst du auf die Beine! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Lass mich deine Wunden versorgen! Du bist verletzt! Ich zieh mir das an! Erste Hilfe! Nimm's schon! Ich helf dir! Ich zieh mir die Wunde mal an! Ich krieg dich wieder hin! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Soll ich dich wieder zusammenflecken? Soll ich dich gerade auf alle? Drei! I gripe dich! Ich bin der Schuss. Ich bin schon unterwegs. Bist du verletzt? Ich fliege dich zusammen. Hier, Mann, erste Hilfe. Sturmsoldat, haltet ihn im Augenblick. Braucht jemand erste Hilfe? Bist du verletzt? 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 Bist du verletzt?